Kapitel 20 Ein Teil von mir Sol wusste nicht, ob es wahrlich er selber war, der sich in diesen Kampf stürzte. Er fühlte nichts als Hass, sah nichts als Rot. Sein Verstand war leer, bis auf einen einzigen Gedanken. Günther sollte leiden. Das Empagator hingegen erkannte, womit er es zu tun hatte. Immerhin war er selber der Meister des Emotionskampfes. Und jenes mickrige Fucano, welches angeblich jede Emotion außer dem Hass beherrscht hatte, lernte diesen nun zu kennen und zu spüren, aber nicht zu kontrollieren. Sein Hass war ungefiltert, dauerhaft und machte den Feind schwach. Sol's Kampf war vorhersehbar und fehlerhaft. Denn im Blutrausch sah er nichts als den Angriff. Nicht nur sank das Durchhaltevermögen in der Nutzung des Hasses, so wie es nun einmal geschah, wenn man diese Emotionen nutzte. Sol achtete noch dazu kein bisschen auf die Verteidigung, wodurch diese Schwäche noch weit, weit gravierender wurde. Gleichermaßen folgte eine schlicht unübersehbare Vorhersehbarkeit. Dieses Mon wollte Günther ein Feind sein. Lächerlich! Selbst Funkenherz hatte mehr anrichten können. Dieser Gegner tat nichts als zuschlagen. Wieder und wieder. Mit jedem Angriff, den er sich nur vorstellen konnte. Und jeder Einzelne dieser Angriffe war in seiner Vorhersehbarkeit nicht mehr als eine Möglichkeit des Konters. Doch all dies störte Soll nicht. Er sah sich selber nicht verlieren. Er wurde getroffen, wieder und wieder. Wurde verwundet, weiter und weiter. Doch er änderte nichts an seinem Kampf. Er wollte angreifen. Er wollte Schmerz verursachen. Er wollte keinen ehrenvollen, strategischen Kampf führen. Dafür durchfuhr ihn zu viel Hass. Es war eine Ironie des Schicksals. All die Zeit hatte es sollen nicht geschafft, gerade eine der Emotionen zu erlernen. Alleinig jene des Hasses. Irgendwo war er aber auch zufrieden damit gewesen. Hass war einfach nicht, wofür das Foucano stehen wollte. Er wusste nicht einmal, ob er diese Emotionen in der Lage war zu verspüren. Und nun war er hier. Am Ende des Weges, im letzten, im größten aller Kämpfe und er konnte nichts anderes mehr spüren. Wieso musste alles so verlaufen? Ein einziges arrogantes Pokémon war alles, was sich vor das perfekte Ende gestellt hatte. Und nun war es alles zerstört. Die Zukunft, die hätte sein können, die hätte sein sollen. Die hätte sein müssen. Doch nun stand soll alleine an diesem Ort. Hinter dem Wasserfall waren zwar Mitstreiter, aber bedeutete es noch irgendetwas? Vermutlich wäre Funk, er hat's Tod, der Schwur gebrochen. Es gab nichts mehr, wofür sich der Kampf wahrlich lohnte. Es gab nur noch Hass. Ein Hass, welcher nie zum Sieg führen könnte. Selbst gegen den schlimmsten Feind, in der schrecklichsten Lage. Es wäre niemals Hass, der einen ans Ziel führte. Denn Hass machte blind, er machte schwach durch seine Stärke. Hass veränderte. Er nahm das Wesen, das man war und brach es. Alles, was der Hass soll in dieser Schlacht brachte, war Zähigkeit. Er war machtlos. Er richtete nichts aus, wurde wieder und wieder für seine Versuche zurückgeschlagen. Und machte trotzdem weiter, wo er schon lange aufgeben müsste. Kein Weg nach vorne, kein Weg zurück. Es fühlte sich an wie eine Gefangenschaft in einer grauenvollen Gegenwart. Aus welcher es kein Entrinnen gab. Und Hilfe, Hilfe würde niemals kommen. Eine Stimme. Eine einsame Stimme. Sie war schwach. So schwach. Soll selber verstanden nicht, wie er sie überhaupt vernehmen konnte. Durch das Rauschen von Wasser im Kampf und Blut im Verstand. Doch da war sie. Diese Stimme. Sofort wandte sich das Foucano von seinem Feind ab. Und sprang an den Wall, der ihn trennte von seinen Freunden. Funkenherz, bist du das? Ich höre dich. Bist du es? Ich bin hier. Ja. Geht es dir gut? Du bist am Leben. Ich dachte, mach dir um mich keine Sorgen. Bitte. Ich werde es überleben. Ich bin in Sicherheit. Anders als du. Bitte sieh, was du tust. Das... Wer da gerade kämpft, bist nicht du. Das bist nicht du, Soll. Und... Nur du selber kannst diesen Kampf gewinnen. Ich glaube daran. Ich weiß es. Das bist nicht du. Sie lebte. Funkenherz war am Leben. Sie war wohl wahrlich so zäh wie ihr Ahne. Aber das Wie war egal. Sie lebte. Und ihre Worte ließen Soll wieder klar denken. Rotes Licht schwebte um ihn herum. Zu welchem das Foucano gedankenvoll blickte. Im Anschluss sammelte sich all dieses Licht. Konzentriert in einer kleinen roten Kugel. In der Pfote des Kriegers. Du... Du hast Unrecht. Funkenherz, du hast Unrecht. Zumindest zu teilen. Das hier bin ich. Ein Teil von mir. Ein Teil, den ich zu lange abgelehnt habe. Dessen Existenz mir nicht wirklich bewusst war. Weil er mich zu sehr an jemanden erinnert hat, der ich nie sein wollte. Mit einem letzten Blick auf das rote Licht schloss Soll seine Pfote und wandte sich um. Sein Feind nun wieder anblickend. Günther. Ich muss dir wohl fast danken. Dafür, dass du ein schreckliches Pokémon bist. Wie ist es für dich? Du nennst dich den Meister des Emotionskampfes. Alleine. Weil dir alles durch deine Essenz zugeflogen kam. Die Essenz der Emotionen. Durch sie konntest du es alles. Ohne diese Emotionen jemals wahrlich zu spüren. Zu lernen. Zu leben. Du hast nie den Zyklus durchgemacht, der hier mit einfließt. Jede Emotion birgt eine Geschichte. Und ein Lehrer. Das Leben lehrte mich Freude. Die Freude lehrte mich Trauer. Die Trauer lehrte mich Hoffnung. Meine Familie und Funkenherz lehrten mich Liebe. Und das sollte es sein. Das dachte ich immer. Denn wie könnte ich ein Pokémon wirklich hassen? Niemand handelt, wenn er oder sie es nicht für richtig hält. Selbst der Verrat Papas. Ich wollte ihn verstehen. Ich konnte ihn nicht hassen. Sondern nur darüber trauern. Omegon, der all unsere Weltenbäume brennen sehen will. Er folgt einem verzerrten, ihr witzigen Sinn von Gerechtigkeit im Veto. Aber selbst er folgt eben dieser Gerechtigkeit. Und er denkt, sie wäre das Beste für die Pokémon und Welten. Äh, wie also? Wie sollte ich ihn hassen? Ich könnte mich entgegenstellen, widersprechen, aber... Hassen? Nein. Hass war mir immer fremd. Bis heute. Günther. Ich danke dir. Du hast heute bewiesen, dass es Pokémon gibt, die wahrlich keine Moral haben. Die nicht das Beste wollen. Die nicht gerecht sind. Pokémon, die es wirklich wert sind, gehasst zu werden. Die selbst ein Krieger, wie ich sein will, hassen kann, ohne dabei seinen Pfad aus den Augen zu verlieren. Und jetzt, fünf farbige Kugeln bildeten sich um Sol herum. Vielleicht bin ich das erste Pokémon. Das erste Pokémon, welches alle fünf Emotionen beherrscht. Und sie wahrlich lernte und meisterte. Anders als du. Ein wahrer Meister der Emotionen. Hass, Freude, Trauer, Hoffnung, Liebe. Alles habe ich auf einer großen Reise erlebt. Und diese Reise ist hier an ihrem Ende. Nach so vielen Kämpfen. Freunden, Feinden, langen Nächten unter Sternen. Nach Streit, Freude, Versöhnung, Liebe. Nach alledem. Stehe ich nun hier. Und wenn es eine Emotion gibt, welche in meinem Herzen schlägt, welche ich in meiner Seele in diesen Momenten am stärksten fühle, eine Emotion, die mich nun leiten soll, dann ist es Entschlossenheit. Auch Sol führte einen Hieb mit der Kralle aus, abgezielt auf keine der fünf Emotionen. Stattdessen war es direkt in ihrem Zentrum, wo die Klauen auf Widerstand stießen. Aber nur für einen kurzen Moment. Denn Sekundenbruchteile später klirrte es wie brechendes Glas. Und für einen Moment schien die Zeit zu stoppen. Doch nur für einen Moment. Und als dieser vorüberzog, erfüllte augenblicklich Rauch die gesamte Grotte. Oder wohl eher Dampf. Ein Zischen war das einzige Geräusch, welches Finuna tönte. Durch den einen winzigen Ausgang, welcher der Gang der Treppe war, dauerte es eine ganze Weile, bis der Dampf wieder Sicht gab. Das erste, was durch ihn hindurchstrahlte, waren bunte Lichter an zwei Stellen. Darker war der erste, der durch all den Dampf eine Chance sah, welche zuvor nicht war. Denn Günthers Wasserweil war fort. Sofort schoss der Schatten los. Doch ebenso schnell wurde er gestoppt. Denn zwischen ihm und dem Feind erschien ein neues Hindernis. Dieses Mal keines aus Wasser. Sondern aus Flammen. Der einzig relevante Unterschied. Durch die Flammen hindurch konnten die Pokémon wahrnehmen, was sich auf der anderen Seite befand. Was die Fluten nicht zuließen. Und durch den langsam weiterschwindenden Dampf, konnten sie so ein Pokémon auf der anderen Seite der Flammen erkennen. Tut mir leid, Darkrai. Aber das hier ist nicht mehr dein Kampf. Ich habe Günther herausgefordert. Mon gegen Mon. Nur wir beide. Und ich gedenke dieses Wort zu halten. Allein die Stimme. Ihre Rauheit. Ihre Tiefe. Als die Sicht sich legte, stand dort im Herzen des Kampfes kein Fucano mehr. Der körperlich eher kleine, schmächliche Soll war fort. An seiner Stelle war nun ein Arkani. Wie es die Weltenbäume selten gesehen hatten. Gewaltig. Selbst für diese Spezies. Muskulös. Selbst durch das dichte Fell. Eine Mähne wie Samt. Voller Pracht und Stolz. Und umgeben von der Kraft aller Emotionen. Selbst in diesem Anblick wirkte es nicht, als wäre Günther wahrlich ängstlich. Doch er war interessiert. Sehr. So soll es also sein. Du möchtest doch noch einen wahren Kampf liefern, nicht? Gut. Ich dachte schon, du hättest mir schon alles gezeigt. Sprich nicht. Als ginge es dir um die Integrität des Kampfes oder dergleichen. Es geht dir um den Sieg. Müssen sich diese beiden Sachen denn zwingend widersprechen? Warum nicht beides? Natürlich will ich siegen. Aber ich will den Sieg verdienen müssen. Und bisher hast du mich kein bisschen dafür arbeiten lassen. Keine Sorge. Das ändert sich jetzt. Nun stehen wir auf Augenhöhe. Augenhöhe. Flieg nicht zu nah an die Sonne. Selbst deine Flügel brennen dort. Du trittst mir mit meiner eigenen Kraft gegenüber. Doch ich habe auch die Sterne. Und ich habe das Wasser. Gegen Feuer. Ausgeglichen ist hier lange nichts. Ich bitte dich. Unterschätze mich weiter. Glaubst du wirklich, dass du eine Flamme löschen kannst, die brennt wie die Sonne? Und ob ich das kann. Weißt du? Ich bin in gleich mehrerer Weise sehr zufrieden mit diesen Entwicklungen. Du kommst sehr nach deinem Vater. Jetzt sieht und hört man dir das noch besser an als zuvor. Wüsste ich es nicht besser. Ich würde gar glauben, dass ich Sackett selber gegenüberstehe. Und das im Kampf. Endlich. So oft hätte ich diesem arroganten, selbstmoralischen Kerl gerne den Hals umgedreht. Aber ich durfte nie. Er war ja ein Mitstreiter. Zwar durfte ich dem Kerl nicht selber das Genick brechen. Aber du wirst ein angemessener Ersatz sein. Mit entschlossenem Ausdruck blickte Sol voran. Doch anschließend auch kurz zurück. Zu seiner Gruppe. Seiner Partnerin. Ja, äußerlich war dieses Pokémon fast nicht mehr als soll zu erkennen. Aber deswegen war er im Herzen noch lange kein anderer. Nur, dass er nun all die Kraft hatte, die er brauchte, um für seine Ziele zu kämpfen. Funkenherz, Asche, Freunde. Ich hoffe, ihr versteht, weshalb ich diesen Kampf alleine führen muss. Aber ich verspreche euch. Die Zukunft ist unsere Funkenherz. Ich habe es dir geschworen. Ich habe es uns geschworen. Die Zukunft, die wir haben könnten. Die Zukunft, die wir haben wollen. Der Traum dieses Friedens. Sie werden alle wahr werden. Ein letztes Mal vor Kampfbeginn wandte er sich zu Günther. Günther, erlaube mir, mich noch einmal selber vorzustellen. Und zwar angemessen. Mein Name ist Sol. Sohn der Weisen, Elia und des mächtigen Sakit. Krieger des Waldstammes im Weltenbaum des Forstes. Einer der beiden, welche Terrus als seine Helden akor. Und wen Solga Leo auserwählte. Ich bin die Flamme, die brennt wie nur die Sonne. Und vor allem bin ich ein Krieger. Ein Freund. Ein Bruder. Ein Sohn. Ein Partner. Durch sechs Welten habe ich mich nun gekämpft. Mit Freunden und Familie an meiner Seite. Und das alles, um nun hier zu stehen. Ich bin zu weit gekommen, um heute zu verlieren. Als Zweifel, Trauer und Sorge mich ertränken wollten, bin ich wieder aufgetaucht. Also wird deine Flut mich nicht ertränken. Ich stehe als Bastion vierer Weltenbäume. Nein. Fünfer. Denn selbst die hiesigen Pokémon wollen deine Niederlage. Bist du bereit? Du bist wie viele soll. Du schwingst Reden, große Worte, als wärst du ein Halbgott und sieh dein Status-Symbol. Irgendwann muss man lernen, dass Worte nicht immer eine Bedeutung haben. So ein Tag ist heute. Du willst kämpfen? Zeig mir, was du kannst. Showtime!